Ich grüße dich. Wieder eine spontane Lesung. Diesmal aus dem Vorwort von dem Buch Das Psychedelische Kochbuch, frisch erschienen im Nachtschatten Verlag von Juma Greenwood. Herzlichen Dank an den Nachtschatten Verlag und bei Interesse gerne mal dort vorbeischauen. Diese Einleitung enthält Kernbotschaften, mit denen ich stark resoniere und deswegen dachte ich mir, die Sonne scheint. Ich lese mal wieder was. Zweifellos werden Psychedelika eine wichtige Rolle dabei spielen, der Menschheit zu einem neuen evolutionären Bewusstsein zu verhelfen. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, auf seine Art positiv zu dieser Entwicklung beizutragen. Die psychedelische Forschung beschränkt sich dabei nicht nur auf die äußeren Bereiche unseres Welterlebens, sondern setzt sich auch im besonderen Maße mit den inneren Bereichen unserer Psyche auseinander. Folglich ist das Bestreben, die äußere Umwelt zu erforschen, gleichzeitig der Versuch, ein umfassendes Verständnis von uns selbst zu erlangen. Jede neue Erkenntnis auf diesem Gebiet könnte somit unser Verständnis von uns selbst und unserer Beziehung zum Kosmos nachhaltig revolutionieren. Der Grund, warum wir darauf brennen, mehr über uns zu erfahren, liegt nicht allein in der menschlichen Neugierde begründet. Es ist vielmehr eine natürliche Gegenreaktion auf die geistige und materielle Schieflage unserer Zeit. Auch wenn wir uns gerne als zivilisiert und fortschrittlich wahrnehmen, ist unsere Gesellschaft jedoch nie wirklich ihren Kinderschuhen entwachsen. Wir benehmen uns wie ein saugendes Riesenbaby auf Mutter Erde, konsumierend, gierig und egozentrisch. Diese bedrohliche Entwicklung hat ihren geistigen Ursprung in einer dualistischen Weltanschauung, in einer bewusstseinsmäßigen Aufspaltung des Welterlebens in Subjekt und Objekt. Schamanische Stämme Südamerikas haben sich aufgrund ihrer Erkenntnisse aus den psychedelischen Reisen nicht in diese Richtung entwickelt. Für sie gibt es keine Unterscheidung zwischen der Umgebung und dem Selbst. Sie leben in völligem Gleichgewicht mit der Umgebung und sind praktisch eins mit ihr. Für sie ist jeder noch so kleine Bestandteil Teil eines großen harmonischen Kreislaufs, der mit allem in Wechselwirkung steht. Wir brauchen nicht noch mehr Materialismus, Religion oder Sozialismus. Was wir brauchen, ist ein neues, ganzheitliches Bewusstsein, das sich ausschließlich an den Gesetzen der Natur orientiert. Psychedeliker scheinen übrigens wie geschaffen, um diese Entwicklung voranzutreiben. Konsumenten berichten häufig von einer lebensverändernden Erfahrung, welche als Ich-Auflösung, Wiedergeburt oder auch als Ego-Tod bezeichnet wird. Oder beschrieben wird. Im Schamanismus wird die Auflösung des Egos als das zentrale Element der Selbstfindung gesehen, denn nur dadurch ist es einem Menschen möglich, seine wahre und ursprüngliche Natur zu erkennen. Die Befreiung vom Ego bzw. vom Ich-Empfinden wird zwar als äußerst schmerzhafte Erfahrung beschrieben, sie zieht jedoch fundamentale Veränderungen in der Selbstwahrnehmung, aber auch der Weltanschauung nach sich. Psychedelische Substanzen besitzen somit die unglaubliche Gabe, längst vergessene Erinnerungen an die eigene wahre Natur zurückzuholen und sind damit der Schlüssel zu einer kollektiven Transformation des menschlichen Bewusstseins. Sollte es uns nicht gelingen, ein neues ganzheitliches Bewusstsein in der Welt zu installieren, so wird uns dieses Ungleichgewicht schlussendlich zum Verhängnis werden. Wagen wir doch ein kleines Experiment und geben dem Menschen seine Verantwortung über Körper und Geist zurück. Nur auf diese Weise können wir geistig entwickelte Individuen hervorbringen, die verantwortungsbewusst mit sich selbst und mit ihrer Umwelt umgehen. Das war ein Teil des Vorwortes und abschließend möchte ich noch zwei Zitate bringen, die ich jetzt gerade suche. Da sind sie. Das erste Zitat ist von Terence McKenna. DMT ist eine zuverlässige Methode, um in eine Dimension einzudringen, über deren Existenz der Mensch seit 50.000 Jahren debattiert. Existiert eine unsichtbare Welt, die von intelligenten Lebewesen bewohnt ist, mit denen der Mensch kommunizieren kann? Du glaubst ja? Falls du es nicht glaubst, sag mir, dass du es nicht glaubst, nachdem du 75 mg DMT geraucht hast. Ansonsten haben wir nichts zu besprechen. Das zweite Zitat ist von Graham Hancock. Möglicherweise können wir mit DMT das wahrnehmen, was der Physiker dunkle Materie nennt. Die 95% der Masse des Universums, die bekanntermaßen existiert, aber die aber derzeit für unsere Sinne und Instrumente unsichtbar bleibt. Danke und bis bald.